Musik Papa, mir ist es langweilig? Ja, dann... Geh doch bungee jumpen. Ist das denn ernst? Ja, dein Leben hat doch auch schon mit einem kaputten Gummi begonnen. Wieso soll es nicht auch so enden? Ich wünsche mir, dass ich genauso bin wie alle anderen Kinder. Das bringt mich auch nicht weiter. Ich bin hier weg. Musik Wo bin ich denn hier gelandet? Du bist in Neuland. Herzlich willkommen. Musik Sag mal, wie heißt du eigentlich? Jeff. Ich heiße Jeff. So geht das aber hier nicht. Was ist denn das? Das ist ein Mülleim. Das ist für mich Neuland. Musik Was machst du da? Wie? Ich bin im Internet. Internet? Internet, das World Wide Web. Guck mal hier. Zu Girls Mom Cup. Aaaaaah! Musik Das ist alles zu viel. Es ist alles zu neu. Gibt es keinen Ort, an den ich mich zurückziehen kann? Solch einen Ort gibt es tatsächlich. Dort wohnt eine kleine Gruppe von Menschen, die diesen Ort noch nie zuvor verlassen hat. Die wissen gar nicht, was in dieser Welt hier draußen vor sich geht. Da muss ich hin. Diesen Ort muss ich finden. Tu das nicht. Das ist nicht gut für dich. Du willst nicht zu diesen Leuten gehören. Nein! Endlich, da ist es. Ich habe es gefunden. Musik Das ist nicht gut für dich. Musik 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 Musik